Alter! Was ist los mit dir? Alter! Was ist los mit dir? Alter! Was ist los mit dir? Was hast du gewonnen hast oder was? Nee, aber da schlafe ich ja ein Minuten. Fazit! Fazit! Eine Schneeballschlacht ist eine sehr schöne Sache, wenn man die richtigen Geräte dafür hat. Wir hatten heute eine Schneezange, eine rosane Schneezange, die war außerordentlich hilfreich. Damit konnte man in kurzer Zeit sehr viele schöne Schneebälle herstellen und die Slingshot fand ich ziemlich großartig. Die schießt sehr, sehr weit, wenn man vorher mit der Zange die Schneebälle gemacht hat. Aber der absolute Gewinner ist natürlich dieses selbstgebaute Teil hier. Martin, was ist das? Das ist ein Gebläse, getunt mit einem Auspuff aus einem Maserati und noch ganz vielen anderen Sachen. Sieht ziemlich geil aus, ist aber eine Einzelanfertigung. Macht aber nichts. Wenn ihr damit euren Nachbarn beeindrucken wollt, haben wir für euch die Bauernleitung neben den Testartikeln nach dem Klick auf MIG.